hallo und herzlich willkommen zurückkehrt zu mass effect 3 es geht wieder weiter hier ja das letzte mal hatte ein bisschen wenig zeit sorry noch mal dazu aber ja es waren ja auch nur big gespräche so wir gucken mal weiter hier wer ist denn hier in 50.000 jahren über die auf keinen versprechen war ja dieser hier genau da war ich noch gar nicht so wirklich hier geredet doch einmal oder so sondern da zu bilder dranhängen alles klar sicher auch so ein bisschen eingerichtet und jetzt ist sozusagen ihr eigenes nachrichtenstudio wenn man es mal so will eingerichtet ja gut die wände die geben eigentlich nichts her ne was sei denn die könnte da irgendwie virtuell noch was einblenden dass es nicht so karg aussieht so komisch nach diana anders das heißt also man kann jeden aussehen lassen immer wieder wie weitermachen im moment nicht alles sagen sie bescheid wenn es soweit ist es geil ist kann ich ganz schreiben hier verlassen sie mein schiff ja servus okay mehr ist da nicht zu reden danke das war schnell erledigt dass ich hier jetzt sagt ich möchte nicht das möchte ich nicht wissen oder so ist überhaupt nicht mein ansehen oder mein anzinn natürlich ich gehe extra zu den leuten um das zu wissen da müsste jetzt der andere drin sein eine gute erweiterung unseres reichs abgegeben turiana fähige leute ja sicher und mit erweiterung meinen sie sicher sklavenrasse dienerrasse ja wenn man das so nennt ändert sich natürlich alles aber sie sind nicht weit genug gegangen sie hätten die bombe auf der kroganer welt entweder zünden oder als druckmittel einsetzen sollen ich glaube wir wollten einfach nur den frieden sichern eine statische form der existenz keine veränderung keine konflikte kein wachstum dafür dürfen wir alle den morgigen tag erleben war nett mit ihnen zu plaudern okay immer diese intercom gespräch hier auf dem schiff ja also das was er vorschlägt das ist ja überhaupt gar nicht gut also wir haben schon gemerkt anscheinend die portianer so diese herrige rasse hier und naja das ist dann alles so toll wie die die dastehen meine coole technologie hatten sie und naja trotzdem zu kriegerisch oder er sieht vielleicht so weil jetzt der krieger kaste angehört sozusagen und künstler zu bezeichnen und er ist ja in seinem komischen wassertischer dass es hier sein soll das gespräch mit diesem turianer ist nicht uninteressant sein wissen über den krieg ist enorm obgleich ein noch besserer schütze wäre wenn er vier augen hätte okay so wie du ich hätte an dem tag als die crogane auf begehrten eine bombe gezündet die genophage war völlig unnötig ja das habe ich gerade mit gehört also das ja 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 okay auch kein gespräch mit ihm haben die anderen recht er ist nicht sehr gesprächig oder ja er hatte zu ihm gareth viel geredet jetzt gehen wir mal geschwind in den maschinenraum rein also hier unten ist ja keiner da war ja früher immer check unten das kann ich euch mal kurz zeigen dass hier eigentlich nichts ist so zwischen tanks und sonstigen hier hatte ihr bett hier gehabt also da hat damals das bett glaube ich drin stehen gehabt oder ja doch da steht ja die britsche noch ja aber momentan ist ja keiner ich weiß gar nicht ob hier noch jemand dazu kommt weil check ist jetzt nicht die haben wir getroffen auch die ist jetzt hier nicht bei uns an bord die ist jetzt auf der citadel soviel ich weiß also immer gucken ist es jetzt jeder maschinenraum oder sind wir falsch nee da sind wir richtig ja hier unser kern das gewaltige ungeheuer sozusagen dann da der techniker den hau wieder hergeholt den toneli na du ich wünschte gabi wäre hier und könnte das alles sehen okay ich weiß aber nicht wo gabi ist ist glaube ich dass ich damals da bin ich zufällig in den maschinenraum gekommen hat er sich bedankt eben dass wir ihn hier wieder hergeholt haben auf schiff so die schüttelbucht schattelbucht ich weiß die schüttelbucht jetzt können wir ganz kurz hier die handschuhe angucken die wir noch bekommen haben rosenkopf was geben denn die kraftaufladen naja ok oder nahkampf laden ja das war die ein hier brauchen nicht wollen wir nicht ist egal so geld haben momentan credits haben wir da was eingesackt ja da können vielleicht doch noch ein bisschen waffen kaufen es ist jetzt nicht gedacht dass wir jetzt hier waffen kaufen aber ja warte mal wenn ja kommt die valiant 7000 abbrechen aber wir sind das andere klemmer nee das ist auch schrott finde so viel ich weiß der racer ja das eigentliche scharfschützengewehr was eigentlich schon fast wie eine maschinenpistole ist so vom vom point peng peng ja in sicher ist auch ein ja das ist auch ein scharfschützengewehr das war bisher auch zu schwer da müssen wir gucken dass man da halt mal kaufen ein paar partikel gewähnt das wird mich nicht in sicher ja kommt da können auch gleich die nächste version verkaufen es ist brutal dass der valiant zu teuer ist die n7 war für das was damit zu tun als n7 ist weiß ich nicht so mantis hätten wir auch noch kommen kaufen da mal die nächste version haben wir ein bisschen geld haben dann kaufe ich wieder was also ein bisschen anführungszeichen ich bleibe da so ein bisschen auf dem level ne so vindicator können wir eigentlich auch noch mal die haben ja im moment hurricane kommen wir machen ja noch mal upgrade zwischen den ganzen pistolen die sind ja ich günstig sortieren die jetzt die gerade eigentlich nach preis nehmen das partikel quer fällt aus dem rahmen ist sowieso das immer wieder vier drin haben hier die racer kommen einmal machen wir mal um zu sehen was da passiert sonst fallen wir wieder unter die 200.000 prädator vindicator hirien matlock mit lockhart auf zwei alle ne peston peston heint paleston ich was lese ich denn da scorpion das ist diese komische die sieht so modelliert aus lustig die igel die igel hammer glaube ich im moment es gibt da das will ich nicht will ich auch nicht katana ja katanas glaube auch ein dings da ihr wisst was ich mein sagen wir sind noch nicht mal alle klappt sind und hat mal alle hier modelle drin von von scharfschützen was wir haben oder doch weiter hier riper gab man so eine fernsehserie mit zum auto das war auch mit der wiper ja es reicht mal wieder und die so wer sind hier die wollen nicht reden alles klar der hier schweißt ist mit dem shuttle alles okay ich überprüfe nur die gleichgewichtsdämpfer spulen wir sind im ut 47 anfällig aber keine sorge der vogel ist total stabil ja wenn er daran rumschweißt oder was auch immer dann finde ich das nicht in ordnung und sie jemals aus sie sind immer nur hier unten und arbeiten nehmen sie sich denn auch mal frei ich schlafe genug müde zu fliegen ist schlimmer als betrunken zu fliegen naja und wenn sie wach sind keine entspannung ich muss mich beschäftigen denn sonst denke ich zu viel nach ok ja weiter so natürlich arbeiten sie nicht zu hart ich schätze ihren einsatz ich will kein burn out syndrom sehen ich kenne meine grenzen nie ihr leben riskieren ja naja gut sie sich denn auch vor dem krieg nie entspannt doch ich weiß noch als die hawking hinter aktores stationiert und ich ein blutiger anfänger war es gab da dieses beobachtungs deck über den startbahn konnte allen schiffen beim an und abdocken zusehen wenn ich allein war habe ich die lautsprecher abgeschaltet dann flogen sie lautlos vorbei so etwas gibt es auch auf der citadel wenn wir das nächste mal dort sind sollten sie sich freinehmen und sich das ansehen ich weiß nicht vielleicht haben wir eine blaue entscheidung tun sie es für mich nehmen sie auf der citadel landurlaub steve mir zuliebe ich kann ihn einfach nichts abschlagen so soll es sein gut das weiß diplomatisch wir hätten jetzt natürlich ein buffet geben können ruf und vorbild hat wie gesagt das eine ist immer gemischt irgendwie da gibt man gut punkt und und schlecht punkte zugleich wahrscheinlich so ist es immer gedacht so gibt es noch ahja höh ich ja tun sie aber die blödmänner ne er hat sein eigenes ziel ja ja der hat sein eigenes ziel okay jetzt hat er sich ausgeredet ach hier kommt man gar nicht was soll das ja doch hier kann man jetzt nicht kann man nicht da kann man sich nicht durchfetzen habe ich jetzt gedacht so der dinks ist doch hier auch noch irgendwo war da ja sonst ist ja jemand niemand mehr da sind noch die männer da hinten da seine handelbank bei raketen er kann auch mal raketen nehmen aber nicht fallen lassen so james was sie brüchten mehr politiker wie die genauso gut einstecken wie austeilen können ja okay rex ist ein knallharter brocken ich wette er kann ein paar interessante geschichten erzählen ja ich denke auch dieser morden ist schon was besonderes sein mund bewegt sich schneller als ein frosch auf einer heißen herzplatte stimmt schon tuchanka hat mich an die wüste in meiner heimat erinnert die eidechsen und würmer sind zwar größer aber sonst der sand und so das mit tag und ist schade ich hatte begonnen zu mögen hey hey okay es war nur so ein monolog der hat immer wieder ein paar gedanken erzählt so jetzt gucke ich mir aber ganz kurz noch mal die waffen an so sieben prozent naja ist schon besser worden ja jetzt gucken wir nochmal hier die valiant warte mal jetzt haben wir doch hier die viper 3 ja die kommt jetzt hier mit dem schaden nicht nach ne nicht ganz und ja aber wir können ja hier die sowieso nicht also die hat super schaden aber alles andere ist halt lahmarschig ne äh die in sicher 3 ja haben wir uns eigentlich auch schon angeguckt haben da können die mods rein noch und zwar das hier und das hier so dann ist ja vom schaden her besser vom gewicht her ist natürlich primo aber die präzision ist halt auch ein bisschen niedriger vollkündig wäre gut ja ich möchte halt so ein bisschen so ungefähr wie jetzt eben hier dass jetzt der strich hier schaden ist und nicht so ganz schwach ne die valiant also die valiant oder die viper ist jetzt auch die frage vom gewicht her wäre es natürlich super da bin ich mir noch nicht so ganz einig so beim raptor ja ihr wisst wie es ist da müssen wir mal gucken dass wir vielleicht doch noch ein paar version kaufen valiant soll die valiant behalten oder nicht ich weiß es nicht ja also ihr werdet nicht sehen dass ich mir hier ein schrot finden gewehr reinnehmen das mache ich nämlich nicht ich mag das einfach nicht das habe ich aber schon mehrfach jetzt erwähnt so die vindicator haben jetzt auf 3 ich habe gedacht wir hätten die 4 ach ne die 4 können wir jetzt kaufen gut zurück passt bevor es hier wieder eine waffenfolge wird weiter 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 neee wo können wir noch hin Kapitänskajüte ist niemand wir können uns mal unsere fische angucken ganz kurz die werden jetzt automatisch gefischt haben sich wohl viele spieler damals aufgeregt dass die fische verrecken wenn man jetzt hier was macht weil wir können hier füttern aber das müssen wir jetzt nicht mal das wird ja automatisch gemacht jetzt ist es richtig schön belebt so gut dass unser hamster servus kleiner hamster aussieht wie eine maus ja so unsere eigene musikanlage die hier läuft jetzt gehen wir noch in CIC zurück eigentlich müssen wir jetzt noch mit Joker aber der Joker redet eigentlich nicht viel ne komm wenn wir schon dabei sind wir joggen mal vor das Schiff ist eigentlich schon ganz schön lange wenn man es mal so betrachtet ne die Kroganer und die Thorianer sollten sich wirklich hinter die Allianz stellen sie haben so viel gemeinsam sie schießen gerne auf Sachen sie wollen nicht sterben und nein das wars schon die sagt nichts dazu okay man muss die Thorianer einfach lieb haben erst besiegen und sterilisieren sie dich und dann platzieren sie eine alte Riesenbombe auf deinem Planeten tja das war halt alles früher tja gut dass wir sie entschärft haben Stimmt die Kroganer sind ziemlich hart mir ist es lieber wenn sie den Reepern in den Arsch treten statt uns komm 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 es sitzen bleiben können ja da brauchen wir nicht weiter sie sagt die möchte nicht viel sagen deswegen dann haben wir es eigentlich jetzt haben wir noch ein paar minuten übrig also naja ich sag mal so zehn minuten vielleicht auch eine viertel stunde ja mal auf 30 minuten die folge machen joe nachrichten aber keine nach die haben ja schon gecheckt ja nichts wenden so jetzt gucken wir mal der mantel ist die genophage das ist die priorität serbrus angriff denn die präsenz untersuchen das machen wir jetzt einfach mal noch hier und dann will ich dann kurz noch mal auf die citadelle fliegen und dann wird zurück so wie nehmen wir dann mit gerys war zwar dabei die kommen wir mal jahre und james mit annehmen so waffen wollen wir nicht groß ändern wir können höchstens bei dem bei denen ja ja dann können wir die claimer geben mod schredder mod klingen aufsatz großkaliber lauf oder smart drossel ach so dass die bilder präziser wird aber das sieht man ja gar nicht wirklich er kriegt den schredder mod ja da kann wirklich schaden maximieren machen wir mal ein bisschen präzision drauf ja die ganze schrutt finden also das ist die bessere ja wie gesagt bei denen macht das gewicht ja nichts aus er hat die winde cater ok ja bei denen macht eigentlich das auch keinen sinn machen wir mal hier so den hier drauf bestätigen gut präzision ja gut das kriegt er dann auch aber egal halt sie hat nur pistolen der die igel und wie gesagt das macht bei denen keinen sinn bei der ki der mir unendlich munition eigentlich nach das ist ja das nahe kampfreich weiter ja gut aber dann mit der waffe schlägt machen wir das mal so bestätigen diese pistole was ist dies hier präzision die sagt besser kommt die kriegt die hier aber auch noch die mods drauf durchschlags mod wird es doch wieder eine waffen folge mensch so hurricane macht bei dir auch keinen sinn macht nur bei menschenspielen eigentlich sind das gibt hochkapazität ja weil manchmal das magazin nicht verbraucht wird so das hat sie schon das leicht aber das leicht bringt bei der auch nichts aber ist immer noch groß machen sonst bestätigen da kann man fast unendlich motion aber beide munitions mods rein macht hurricane okay da gibt es nicht viele die schon die beste auch bei der anderen den mod noch rein machen hier haben wir mal wieder vier pünktlein was gibt es mit vier wort zum beispiel starse singularität wir gehen bei der wort noch rein haben müssen wir jetzt entscheiden zwischen schaden oder die detonation na gut die detonation brauche ich nicht unbedingt noch mal schaden so weiter geht es dann bei james zwischen bei uns das menschen das sieht man nicht gleich wenn der helm auf ist ne so verstärkung oder spieler kann da kommt dann kriegt da mal spielekanade wieder drauf bei uns der kleine scheiß wächst da unten null pünktle fertig und wir haben einen ganz anderen helm das muss man auch anführen und stellen sie dabei gleich fest was was heißt ja hoffentlich wenn wir was machen dann machen wir das ja hoffentlich nicht auf dich einfach rein hüpfen hier kontrollkonsole bleibt ihr mal hier ich kümmere mich mal um die ok Komm her. So, den hat es verrissen. Ah, hey, ich glaube ich spincht. Ja, für manche Waffen wünsche ich mir auch ein Bajonett, dass man dann wirklich schlagen können. Soll ich ja mal eigentlich angefangen? Wo waren da eine Steuerkonsole? Pamm, Schuss ins Bein. Jetzt klappt er zusammen. Pamm. Und Pamm. Ja, ich weiß, ich mache jetzt gerade alles allein. Ich brauche die nicht unbedingt dabei. Wo war denn jetzt die Konsole? Oder habe ich das jetzt hier verbockt, weil ich ja einfach so angefangen habe? Oder nee? Ach doch, nee. Kontrollkonsole. Passt schon. Und weg ist er. Pamm. Und... Ups, das ist Techniker, oder? Ja, halt ja die Schulter, das finde ich halt immer geil, dass sie sich dann auch die bestimmten Körperteile halten, aber... Ah, Moment mal, du blödes Geschütz. Moment, könnte ich dir vielleicht eine Granate hinwerfen? Ja, das bringt nichts. Ja, noch ein bisschen weiter drüber, so. Hier war der Strich. Ja, das bringt nichts. So. Ein gezielter Schuss und das Ding ist Geschichte. Verstärkung. Verstärkung anfördern? Wie bitte? Wer hat das gesagt? Hey Leute, Moment mal, hier bleiben. Bleibt da. Bleibt da. Schwierbar ist besser, da war das Rad da außen. Wo müssen wir denn hin? Ah ja, hier rein. Ich guck erst mal hier runter. Okay. Alles ist ja nach oben. Ach, das ist Mund. Hier kann man nochmal nach oben, aber wo geht's denn da hin? Ist hier was Besonderes? Nö. Hätte ja sein können, ne? Munition, Munition, Munition. Ach, grüß Gott, du bist ja auch schon wieder dabei. Ich habe euch doch ein Befehl gegeben. Die widersetzen sich meinen Befehlen. Das geht mir gar nicht. Da geht's nicht runter. Okay, da ist... Hätte fast gedacht, da geht's noch weiter, aber... Das ist auch wieder so eine Multiplayer-Karte hier. Das muss ich jetzt dazu sagen. So, äh, Leute. Ich würde was sagen. Ich guck mich da noch weiter um. Ihr stationiert euch mal hier. Ich geh mal rein hier. Ich guck mich mal so um ein bisschen hier. Grüß dich. Psst. Kontrollzentrum gesichert. Übernehme Kanonensteuerung. Wir holen dieses Schiff vom Himmel. Ja, definitiv. Ich kenne das hier. Kontrollkonsole. Was ist denn das hier? Hi, Leute. Alte... Alte... Ah, alte Rasterpläne. Gut, ich weiß nicht, was das sein soll, aber egal. So, hier hinten liegt noch eine Rüstung rum. Handschuhe wieder mal. Dass wir da nicht den Modus kriegen, die anzuziehen, ne? Gut, natürlich auch nur auf Planeten, wo Luft existiert, da wäre das ja möglich. Ansonsten, wenn man dann seinen Anzug ausziehen müsste, das wäre ja brutal. So ja, lebensgefährlich. Ja, doch, das ist definitiv. Ich kenne diese Phalanx hier. Kontrollkonsole. Ach, geh. Das sind aber, glaube ich, Multiplayer auch so Missionen, wo man dann machen muss. Leute, haltet ihr bitte die Stellung hier. Warte mal. Haltet ihr hier die Stellung? Ich mache das mit den Feinden. So, zack. Ja, das ist immer so. Ich tue die immer ein bisschen irgendwo postieren und ich mache dann die ganze Sache, ja? Weil es ist so einfach, da brauche ich die ganzen Leute nicht hier. Okay, ja gut, die kämpfen mit. Äh! Kanade! Das Blöde ist, dass man die nicht zurückwerfen kann. Warte mal. So. Hä? Okay, was waren das für die Tussi hier? So, ein Moment an den Arm geschossen hier. Leute, bleibt hier, bitte. Und dich da. Nett, dass ich euch nicht dabei haben will, aber ich... Moment, das haben wir gleich. Naja, gut. Die sind gar nicht da, okay. Ach, die haben sich hier hinter versteckt hier. Das ist ein Techniker hier. Das auch, oder? So, so Sneaky Mission gibt es hier Gott sei Dank nicht so. Aber die sind auch interessant. Man kann hier wirklich halt so ein bisschen Sneaky machen. So, jetzt bin ich enttarnt. So, du Zenturio. Ja, wir haben halt schon so eine Waffe, dass wir hier... ...wirklich zu stark sind. Was war denn das hier gerade? Da war doch gerade ein roter... Irgendwas war doch gerade rot hier. So, wir sind ja noch unsere Freunde. Das sind noch irgendwelche Freunde. Ah, grüß Gott. Energiemodule. Ach so, ja. Das habe ich jetzt natürlich elegant umgangen, ja. Das sind die Energiemodule. So, Riegel. Ach, das war die Gesundheit. Ach, der hat da einen Riegel dran. Moment. Bam! Und den Riegel machen wir auch gleich mal. Bam! So, reaktivieren. Stufenaufstieg. 42 sehen wir jetzt schon. Ja, nee. Reaktivieren, wenn es geht. Ja, ja. Ich habe die Energie auf die Hauptkonsole umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg. Oh. 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 So. Hey. Wenn die auf der Leiter sind, kann man die nicht mehr so schön wegschneipern. Na, machen wir guckere. Hey. Du bist Gott, du störst, weißt du das? Krumpf. Na. Nee, du wirst keine Granate. Du machst auch nichts. Mach mal. Mach mal guckere hier. Ja. Ja. die Leute noch gar nicht hier gewesen, jetzt wieder. Hä? Ach, bis Gott. Rumps. So, warte mal. Ah, sehr schön. Ja, das ist eine Töterhälfte jetzt auch nicht mehr. Ich seh dich. So. Ach, der mit seinem blöden Schild, ja. So. Ach, du gestörst, weißt du das? Hat sie ihm gerade das Fleisch zer... äh, das Fleisch zerriesen, genau, das Bein. Zack. Na, Mist. So, jetzt. Ja. Solange es keine Frau ist. Was? Echt schon wieder? Nachsetzen? Ach, das tut mir aber leid, dass du nachsitzen musst. Der arme. So. Oh, obala. Äh, Moment. Äh, das Ding hat Gott sei Dank geschossen. Ja, da ist der blöde Techniker. So. Der hat auch wieder Hirnlos. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? So. Jetzt können wir hier aber endlich hochfahren hier. Konfiguration. Wenn wir jetzt hier mal noch mit Energie... Kreuzer leitet Bombardierung ein. Okay, Feuer, würde ich sagen. Steuerung wiederhergestellt. Zielerfassung aktiviert. Koordinaten, Lieutenant. Hochgeladen. Feuer. Direkter Steuerbordtreffer, Commander. Ziel bricht auseinander. Ich wiederhole direkter Treffer. So stelle ich mir das vor. Okay, gute Arbeit von allen. Das hätten wir gemacht, ja. Shepard, mit den kroganischen Kanonen hat Cerberus uns den strategischen Vorteil in diesem System gegeben. Der Feind zieht sich zurück, aber er wird versuchen, die Anlage zurück zu erobern. Wahrscheinlich. Ich schicke ein Allianz-Team zur Sicherung. Wir haben dank Ihnen in einer starken Verteidigungsposition Fuß gefasst. Das hört man gern. Gute Arbeit, Commander. Eckert Ende. Sehr gut. Ja. Und ein bisschen Ruf und wieder Kredits. Granaten-Kredits. Servus, Primarch. Mit dir will ich nicht sprechen. So, ich gehe ein paar wieder auf CIC. So, wieder hier durch den komischen Hörtraktor durch, wo sie im Vordergrund durchleuchten, ja. Kategorie 6 an Eden-Crime. Ich hatte 6? Verdammt. Aber auf Eden-Crime hätte ich auch den Verstand verloren. Er hat Anspruch eingelegt und gesagt, er sei immer noch ihnen zu verpflichten. Am Ende hat er mir erzählt, dass sie sich nicht mehr verpflichtet haben. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Gut, dann lesen wir den nach Quint und aber dann machen wir Schluss. So, eine E-Mail. Mein Projekt, was? Von Liara Tizoni. Shepard, ich habe an etwas gearbeitet, das ich Ihnen gern zeigen würde. Könnten wir uns in Ihrem Quartier treffen, wenn Sie mal kurz Zeit haben? Liara. Oh, okay. In meinem Quartier. Okay. Machen wir das nächste Mal. Und jetzt sage ich aber wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Ich habe mich heute ein bisschen hinreißen lassen mit der Mission hier. Yo. Dann sage ich aber mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander Legolas Shepard.